Hallo Fans! Hallo Freunde! Ich habe die florreiche Idee. Also wie gesagt, wenn ihr diese T-Shirts seht, dann wisst ihr um was es geht. Heute ist die Irmi dran, ne? Oh Mann! Ähm... Ich lass mich überraschen. Vorsichtig, dann kann man eine Beule, ne? Ja, ich weiß hier. Ich habe eine Idee, ich möchte irgendwie mal einen anderen Schnipp verpassen. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Die packen sich rein. Ja. Ganz professionell. So. So. So Brille. Ich muss mal gucken, ich weiß noch nicht, was das wird. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es überhaupt durchlade. Aber... Auf jeden Fall wird es was. Du weißt nicht, ob es was wird. 60 Minuten ist aufgeladen, ja. Schluck trinken. Mut antrinken. Ne, wir fangen erstmal an. So, Kamera läuft. Also ich fange hier hinten an. Ich hole erstmal alles so ein bisschen runter. Erstmal noch nicht so ganz so kurz. Ich habe da was im Auge. Also ich meine, was ich machen möchte. Naja, auf jeden Fall ist Poitie die letzten Nächte stehen geblieben. Er ist natürlich auch schon befestigt worden. Es war nicht festgebunden. Ich habe noch nicht wirklich einen richtigen Plan. Aber... Mal gucken. Das war jetzt hier 7 bis 9. Obwohl, eine Scheide mache ich ja gar nicht mehr eigentlich. Scheide machst du gar nichts? Ne. Die Friseurin unter uns. Sie bringen jetzt bestimmt einen... Einen Schock, was ich hier mache. Aber... Du musst mich mal machen. Oben mache ich es natürlich auch kürzer. Dann nehme ich einfach die Cheree. Ich kann die ein bisschen ansprühen. Wo ist denn das Wasser? Ja, vorne steht es doch. Auf dem Tisch. Ach, das ist Wasser, ne? Das ist Wasser. Oh, das ist Wasser. So. Wo ist denn jetzt die andere kamen? Naja, jo, okay. Vielleicht noch im Badezimmer. Mach es nicht. So. Pass auf, Leute. Jetzt, Kamera läuft. Weil hier will ich nicht mit Maschine. Weil hier will ich nicht mit Maschine. Weil ich würde ja nicht so kurz machen. Weil ich würde ja nicht so kurz machen. Das ist ja noch nicht so lange her. Das ist ja noch nicht so lange her. Ich würde ja noch mal mit Maschine betreiben. Und dann habe ich nicht mit Maschine gesessen. Da kannst du ja auch nicht so sorgen. Entschuldigung, guck mich an. Entschuldigung, Schatz. Entschuldigung, Maus. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Sonst stelle ich bei diesem Friseursalon meinen Eintrag auf Schmerzensgeld. Oh Gott, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Aber hier vorne kann ich noch ein bisschen. Ja, da ist es auch, oh Gott. Hier muss ich ein bisschen. Also ich schneide, wenn ich die Haare schneide. Wenn ich die Haare hier zwischen habe, dann schneide ich nicht. Also wenn das jetzt die Haare sind hier, ne? Hier das sind jetzt die Haare, dann schneide ich nicht so, sondern schneide immer so schräg ran. So. Guck mich mal an. Aber da wurde gerne noch ein bisschen, oder? Guck mal an. Guck mal an. So. Guck mal an. So, muss noch mal ran, meine Scherie, meine Scherie, kennt ihr, war dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz, ja, wer kennt's, mit dem Pony ein bisschen. Du kannst schon Glück sagen, dass ich blind bin. Wieso? Na, ich seh ja nicht, was du machst. Nur sei froh. Ja, sag ich ja. Du kannst nur Glück sagen. Ja, was gibt der Woll auf? Nee. Jetzt mach ich mal an. Ja. Ja. So wollte ich es erst mal lassen. Jetzt rühre ich Farbe an und mach den Farbe rauf. So, jetzt geht's an. Jetzt habe ich Farbe angerührt. Ich habe mich nicht angeguckt. 20 Gramm Pulver, 30 Gramm Entwickler. Hältst du die? Ja, natürlich. und ja, ich fang hier hinten an. Und die Hände auf. Ich muss jetzt mal kurz mit den Kammern fest, mit den Kammern durch, pfuh, brennt nicht, nein, den Rest rückschützen, so, gucken, wie lange wir das jetzt erstmal drauf lassen, aber, es ist auch überall was drauf, das ist wichtig, okay, dann sehen wir uns nachher wieder, ja, seid gespannt, oder bleibt gespannt. So, Leute, da sind wir wieder, das war jetzt 45 Minuten drauf, mach Augen zu, Maus, ich sehe doch eh nichts. Da sind wir jetzt 45 Minuten drauf, und, tja, ist ein schönes Blond, würde ich mal sagen, ja, doch, es sieht gut aus. Es sieht, guck, also du siehst es nicht, ne? Nein, ich sehe es nicht. Ich würde da auch kein Rot drauf machen, nee. Ich sehe, ich sehe zwar, dass das Blond ist, aber ich sehe, sonst mehr sehe ich nicht. Willst du eine Brille haben? Ja. Ist es die? Ja. Aber du siehst es nicht, ne? Soll ich dir einen Spiegel wollen? Also, ich finde Blond wunderschön, nee, wir hatten mich jetzt überlegt, ob wir, also ich hatte überlegt, ob wir ihr, ähm, Directions, Rotruf machen. Was meint ihr? Ihr könnt ja mal in den Kommentaren abstimmen, ähm, das ist so droht. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren abstimmen, was ihr dazu sagt. So, aber das ist jetzt ihr schön, das ist echt ein schöner Blond diesmal geworden, also ganz toll. Und, ähm, ich hole dir mal einen Spiegel, Maus. Können wir mal einen Spiegel? So, wie du mal gucken kannst, wie du dir gefällst. Ich kann auch aufstehen. Hä? Ich könnte auch aufstehen. Nein, ist doch gut. Ach, Bewegung tut mir gut. So, guck dich mal an. Guck mal, hier habe ich ein bisschen, heute so eine Zeitkarte gemacht. Ja. Und, zeig mal. Und, oder soll ich das alles wegmachen, so wie hier? Ach, nö, ne? Nö, kannst du lassen. So, was sagt ihr jetzt zu diesem, zu den Haaren, zu dem Schnitt? So ein bisschen anders, diesmal kürzer und. Wo ist denn meine kleine Evelierschere? Ist doch eigentlich alles da, oder? Ne, ist nicht da drin, ne? Ne, ist nicht. Dann nehmen wir mal hier die, die große. So. So, mein Schatz, Simon, was sagst du? Oh. Ne, sag mal, sag mal. Ja, ist okay. Gefällt es dir? Warte mal. Was sagt ihr? Gefällt es dir? Ist schön blond, ne? Ja, ist schön blond. Guck mich mal an. Das muss so ein bisschen rübergekämpft werden. So. Guck mich mal an. Ja. Schreibt immer in die Kommentare, ob das bei dem, ich kann ja ein bisschen, soll ich ein bisschen Gel, warte mal, kapp doch, wo ist denn mein Gel? Von Isahne ein bisschen nur, nur minimal. Na, hier so. Ne, ist schön. Gefällt mir. Wie gefällt es dir? Gut. Wirklich? Kann es ehrlich sein, Schatz? Natürlich. Wir können auch noch Wodron machen. Natürlich können wir noch Wodron machen. Also ihr stimmt mal bitte ab, ob ich dieses, Fire Red ist jetzt von Directions, ob wir da drin machen sollen oder nicht. Und. Wie hast du dir das denn vorgestellt? Ja, nur oben rum. Komplett. Statt blonde, Fire Red. Ach so, ich dachte nur so Strähnchen oder so. Ne, das ist schlecht, ne? Das würde, ne, entweder richtig oder ja nicht. Entweder richtig oder kariert. Ja. So ihr Lieben, das ist jetzt die neue Omi. Und die ist die neue Omi. Die neue Omi. Hab wieder schöne geschnitten. Bisschen schön die Farbe. Selbst wenn wir uns ähnlich mit den Farben, obwohl dein Blond ein bisschen schöner ist. Aber es sieht gut aus. Was sagt ihr? Daumen hoch, Daumen runter. Ehrlich. Ihr seid immer ehrlich. Und stimmt mal bitte in den, in den Kommentaren ab, ob wir ein Fire Red drin machen sollen. Ja oder und. Und ihr könnt immer abstimmen. Wir haben grün, blau, grün, rot. Wir haben grün, blau, Fire Red und Flamingo pink. Ihr könnt immer schreiben, welche Haarfarbe Irmi kriegen soll, welche Haarfarbe ich mir machen soll. So, willst du nochmal von hinten zeigen, deine Haare? Trich mal um. Genau, jetzt andere Seite. Also das ist halt, die Seite jetzt zeigen. Damit ihr so ein bisschen Zeitkaterin hier macht hier. Ja, sieht gut aus. Hier fällt mir. Jetzt kann sich wieder nach vorne drehen. Also wenn ich jetzt nicht da nicht 60 wäre, würde ich ja gesagt, ich schmeiße die Beine da eben mal rüber und dann. Aber das schaffe ich nicht mehr. Schaffst du nicht mehr, wenn es 60 ist. Nein, nein, schaffe ich nicht mehr. Gut ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben. Ich hoffe, ich gefalle euch auch. Und wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ich muss mich jetzt erstmal auch was holen. Und was sagen? Und was sagen wir? Tschüss. 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 Musik auch qua